Ich bin mein alter Team Möscher. Team Capture the Flag, ja? Und Capture the Flag jeder gegen ihn. Nein, du hast genau verdient eigentlich nur 5 Euro. Was für 5 Euro ist es? Ja, Bucher! Was für 5 Euro ist es? Ihr Spitzengasten kostet nur 5 Euro. Ja, warum ich genau? Weil jeder genau. Genau jeder. Nein, aber 2. Das war der! Ich glaube, ich füge die Süchten. Was geht's denn jetzt um die Süchten? Ja, 3 Euro oder 2 Euro bin ich okay auf 5 Euro. Das warst du mit dem Maxi dazu, das will ich mal wissen. Ja, der wirst du wahrscheinlich noch gut. Ja, weil der Aspekt ist da. Ich kann mir so leid, der Maxi ja eh dazu bekommen. 5 Euro, weil es um die Süchtengehalt... Hast du die Flagge? Ja, hast du! Geil! Ja, reden, reden, reden! Geil! 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 Hast du es verloren, oder? Nein, rechts rein, oder? Geil durch! Geil durch! Wo ist ich bei den Rechtsseite egal? Wir haben noch gewissen auf rechts... Äh, Blau, weil ich habe ja so Blau mit rechts... Fass, geil! Was? Wir sind jetzt zur Zeit auf links... Du willst aber jetzt auf die Rechtsseite, nein? Du bist jetzt noch rechts! Nichts gar nicht, wie ich wollte wegkommen! Das erste Mal, oder? Was ist überhaupt da noch durchkommen? Geil! Wir gehen weiter! Weiß was wir gehen können? Bitte, meine ich zu groß! Nein! Nein! Das Tipo hab ich aufgeladen, oder? Ja, das sind... Schlechte, merke ich mich! Dann mach's auch nicht! Ja! Ich hab schon gewusst, woher war das mit dem Wissen denn? Hey, hab ich gerade mal schon drin... Äh... Ich weiß nicht, ich hab nicht gehört... Ich hab nicht gehört, ich hab nicht gehört... Ich hab nicht gehört, das... Echt? Ich hab nicht gehört, Luca! Was glaubst du, wie Schnaupper? Da, 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 da... Na, ich will rein! Versuch er wahrscheinlich? Ja! Ich weiß nicht, ob ich Versuch er will... Ja! Ja! Aber scheinbar schon, wenn du mit mir gehen... Ach, nimmst du? Schnaupper! Ja, wenn ich der Fall... Wenn ich der Fall, ich versuch er... Ja, dann klem ich mich ganz kurz! Und das ist... Ja, das ist... Ich hab nicht gehört... Oh! Du! Ah, ich bin schiesst hier nicht mehr! Ganz links geht lauerne... Das schneit man am besten, glaube ich. Ja! Ich geh ja nicht klar, sag! Wie lau denn? Die Dreckendgüffel... Die Dreckendgüffel... Die Dreckendgüffel... Die Dreckendgüffel... Oh mein Herzler... Oh mein Herzler... Die beste Taktik ist einfach immer nur schnell reinreden, schnappen und so weiter, bis es geht bringen und dann immer die echte beste Taktik für dich. Ja, dann ist er auch noch. So schön. Die Flagge ist noch eine. Die Flagge ist in. 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 Aber wer kommt denn aus? Da ist einer an der Flagge, hm? Ja, ich! Ja, ich! Wer hat jetzt mich da aufgeschossen? Äh, piep, piep, piep! Bei der Flagge, bei der Flagge, zurück! Ja, ich bin ja schlafen. Aber gleich! Wie ist denn hier? Da kommt er doch! Schlafen an! Ja, ich bin schlafen! Der hat fucke sich an! Der hat fucke sich an! Da liegt so einer, rechts, 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 schmerzen, was nach! Haben Sie es jetzt oder nicht? Nein, ich habe es gar nicht, bin da nicht. Wunder, Alter! Wie geht der denn aus? Aber, Henneke, du ein! Ja, da ist die Daumen bei ihm! Was ich... Na, er! Oh, sorry! Das ist der Hammerrat! Scheiße! Ich bin ja schon nicht mehr gewinnert, ohne PR. Ja, ich hab' einen Schnullblatt, aus der ich einfach Flagge. Wenn ihr seht, was ihr wisst, dann ist es schön an der Flagge. Ich bin bei der Flagge, ich bin bei der Flagge. Haben sie es jetzt drin? Ja. Alle haben sie es. Geil, macht's hin. Nein, ich bin auch nicht lang. Okay, schön, bis weg. Was muss ich auch sagen? Absand!